Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Absauganlagen. Das High-End-Produkt in unserem Absauganlagetest geht an den Schöpach DC 100. Wer in seiner Werkstatt hobelt, sägt oder fräst, kennt die Herausforderung, Späne und Staub belasten nicht nur die Luft, sondern verschmutzen außerdem die Arbeitsfläche und trüben die Sicht. Durch die kleine Absauganlage bleibt nicht nur der Arbeitsplatz angenehm sauber, auch die Atemwege werden deutlich weniger belastet. Die angesaugte, verschmutzte Luft wird mittels 0,5 Mikron-Filtration und dank einer Filterfläche von 0,3 Quadratmeter gereinigt. Da die Absaugtonne DC 100 speziell auf die Absaugung von Holzspänen in der Hobbywerkstatt ausgelegt ist, übertrifft sie in ihrer Saugleistung jeden Nass-Trockensauger. Ein Volumenstrom von 215 Kubikmeter pro Stunde saugt Staub, Sägemehl und Holzspäne konstant und zuverlässig ab. Die Absaugtonne ist mit den Maßen 40x40x70 Millimeter kompakt gebaut, leicht zu verstauen und zu transportieren und dadurch flexibel einsetzbar. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Dust Commander P30 Star. Der Saugstrom, der aus einer Mischung aus Luft und Staub besteht, tritt über den tangentialen Einlass in den Filter ein. Die Form des Filters ist so gestaltet, dass ein Wirbel erzeugt wird, damit die Partikel, die schwerer als Luft sind, durch die untere Ablassöffnung durch die Wirkung der Schwerkraft herausfallen und die Luft durch den oberen Auslass entweichen kann. Saugen Sie große Mengen Staub, Späne und Schutt und so weiter auf, ohne Ihren Staubsaugerbeutel zu füllen. Durch den Zykloneffekt verlieren Sie nie Ansaugkraft. Filtern Sie bis zu 98% des Staubes und der Ablagerungen, bevor diese in Ihren Staubsauger gelangen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Absauganlage-Test ist der Funstool-Absauganlage. Beseitigen Sie Staub, Späne und selbst grobe Partikel mit dem robusten Sauger von Funstool. Stellen Sie das Mobile-Gerät beliebig auf und schließen Sie Schleifer oder andere Maschinen direkt an. Der leistungsstarke 900 Watt Motor sorgt dafür, dass Staub nirgendwo eine Chance hat. Aber, der Werkstattsauger überzeugt nicht nur mit hoher Saugkraft, er ist zudem mit 80 dB sehr leise. Durch ein kleines Rad kann die Drehzahl individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden. Auch der Staubbeutel mit 35 Liter Fassungsvermögen kann wiederverwendet werden. Durch ein Schutzblech aus Metall, das im Gehäuse verbaut ist, kann dieses nicht von Fremdkörpern oder groben Partikeln beschädigt werden. Zudem ist das Gehäuse leicht zu öffnen. Damit Verstopfungen entfernt werden können. Wenn Dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.